Die neunte Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die neunte Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtsloser, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der neunte Armee vereinigen. Die neunte Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der zwölften Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die zwölfte Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen. Dann entlösen wir die Westfront. Haben Sie noch zwei Fälle an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Das kann der Führer nicht im Ernst gesagt haben, dass er sich erschießen will. Was jetzt? Der Zeitpunkt ist da. Wir sollten das Spektakel beenden. Was soll denn das heißen? Wollen Sie, dass wir aufgeben? Das ist undenkbar. Der Führer hat immer erklärt, wir kapitulieren nicht. Ein November 1918 wird sich nicht wiederholen. Niemals! Aber Sie haben es doch selbst gehört. Er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen. Das waren exakt seine Worte. Keiner hier kann ihn ersetzen. Keiner. Der Führer ist der Führer. Der Führer hat die Fassung verloren. Er wird sich wieder fangen. Na prächtig. Und wenn er sich gefangen hat, wie geht es dann weiter? Fest steht, wir können nicht kapitulieren. Das wäre niemals im Sinne des Führers. Und wir sind seinem Willen verpflichtet. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Sonst haben wir jede Chance verspielt. Sie wollen doch nur Ihren Kopf halten. Ich verbitte mir diesen Ton.